So 80, was haben wir hier bei 80? Schauen wir mal. Oh, Metallstein oder Metallhaken oder so ist das. Okay, den lassen wir. So, jetzt habe ich schon ein paar Löcher gemacht und ich habe festgestellt, dass ich meine Kamera oben auf Fotos stehen hatte anstatt auf Filmen. Das heißt, ich habe jetzt immer ein Foto gemacht, wenn ich was gesucht habe. Jetzt müsste es aber... Ja, wieder nicht gefilmt, aber ein Spielplatzauto. Nein, das ist kein Spielplatzauto, sondern ein Strandbauauto. Aber der ist echt schön, ja. Das ist ein Porsche. Porsche habe ich noch nie gefunden. Normal mache ich das nicht, aber den behalte ich. Den tue ich mit in meine Sammlung. Weil das ist ein Porsche, ja. Also ein Porsche lässt man ja nicht stehen, ja. Genau. Und ich habe Urlaub, da brauche ich auch eine Erinnerung. Genau. Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Noch was. Ach, der hat ja seine Autos verbudelt. Na gut. Na gut. Den lasse ich gleich am Spielplatz hinten stehen. Das war es aber jetzt, oder? Da ist noch was. Also losgeschmissen. Hm? Irgendwas war doch da. Hm. Kurios. Man kann ja bei denen auch, hm? Ja. Cool. Da ist sie. Eine Schraube. Okay. Die nehmen wir mit. Weil, hier hat ja ein Kind gespielt mit Autos, hat er sich an der Schraube verletzen können. Also, nehmen wir sie mit. Bis später. Hier haben wir 23. Ich sag mal Folie. Was sagt ihr? Ja, so eine Abziehlasche. Na gut. Also ich sag mal so, ja. Ich bin jetzt eine Woche hier gewesen. Ich habe jetzt so vier Tage oder fünf Tage gesucht. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Das war sehr kompliziert. Erst kam ich von der Kamera kaputt gegangen. Dann war der Pinpointer alle, den ich nicht kontrolliert habe. Aber das ist eigentlich wie ein riesiger Sandkasten, ja. So wie ein Spielplatz. Ja. Es war eigentlich nichts irgendwie weltbewegendes, was ich gefunden habe. Außer das Handy. Weil da habe ich mich erst im Arsch ab gefreut. Aber da habe ich gemerkt, wie alt es ist und schon mit Wasser voll gelaufen ist. Und das zeige ich euch gleich. So. Bodenplatte. So. Ich flitze jetzt mal kurz so an den Spielplatz. Habe ich hier alles durch eigentlich? Ich könnte... Ne. Ich habe alles durch. Da oben war ich noch nicht. Das machen wir noch kurz. Das ist hier. Da sehe ich schon. Da sehe ich schon. Bierdeckel. Ja, da ist so tief ist die Bodenplatte. Bodenplatte. Na gut. Na gut. Dann lass uns mal rüber flitzen. So. Ein kleiner Spielplatz. Das ist schon groß. Okay. Wir fangen mal hier an. Seilbahn nehme ich euch mit. Acht und neunzig. So. Da werden wir bei Acht und neunzig. Ha. Wieder ein Cent. Na gut. Haben wir ein Cent. Ach, muss das cool gewesen sein, als es noch 5 Mark gab. So, was war hier? 30, 20, schau mal, was war hier ab. Sollte da gewesen sein. 35, 40. Tja. Irgendwo hier sollte es sein. Mit der kleinen Spule kann man das genauer sagen. Dann gehen wir aber hier mit. So, hier gucken wir einmal. Hier unten müsste es sein. 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 Das ist eine Dosenblech. Na ja. So, hier haben wir noch 84,70. Hier unten müsste es sein. 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 So. scne inspire Leute. Sehr gut. Nehmen wir sie sehen, was klar ist. Super. Ich hatte wieder noch Stück Metall. Ich gehe nochmal drüber, weil es ist komisch. Ja, sag ich doch. Das wäre komisch für das Signal. Genau, da fehlte nämlich der Rest. Ein Vogelnest haben wir wieder. 70-60. Was könnten wir da haben? Einen Euro. Wir haben einen Euro gefunden. Gut, also ich muss sagen, bei den Dingern und den Seilbahnen findet man immer was, aber heute habe ich bei der Seilbahn nichts gefunden. Zumachen. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später.